Das ist die erste Talkshow der Woche, number one of the week. Freut mich, dass ich da bin. Mein heutiger, spannender Gast hat seit ein paar Wochen eine eigene Talkshow auf SF1, den Rosi Jovinski. Hey, Herr! Rosi Jovinski, wer bin ich? Gute Frage. Am Anfang meiner Karriere als begnadeter Fernsehtucker habe ich... Sie weichen aus, weil sie mich ausreden. Ich finde im Übrigen genau wie der SRG Publikumsrat auch die Sendung ziemlich hektisch. Sie verdrehen die Fakten. Im Verlauf der letzten Woche hat der SRG Publikumsrat gesagt, dass ich im Gäste nicht ausreden lassen, number one bin. Das stimmt nicht. Das habe ich bereits bei Tele Zürich erfunden. Oder wie der Sender jetzt heisst Tele Aargau. Da sieht man mich zum Beispiel beim nicht ausreden lassen von meinen Gästen. Das ist mein Knopf. Das ist meine Sendung. Das hektische runterfahren von dem Monitor verwirrt jetzt den langsame Publikumsrat wieder total. Der Publikumsrat hat auch gesagt, ich müsse in meinen vielen angeschnittenen Themen in der Sendung auch ein bisschen vertiefen. Und darum tun wir zuerst mal gerade den Monitor ein bisschen vertiefen. Finde ich nicht gut. Ich finde, unsere Zeit ist leider um. Der Publikumsrat will ins Bett. Rosi Jovinski, danke, dass Sie gekommen sind. Und ich würde mich freuen, wenn ich am nächsten Montag auch wieder dabei bin. Ich curse noch. Aber ich werde dich nicht mehr ausreden lassen. Und ich möchte mich auf Monat ankommen. Es fällt mir etwas raus, wie der Sie anwesprachst. Und ich werde mich auf einmal dem Weg zum Armen. Und das habe ich am Rennen. creepierend. Und das habe ich stehe.